Die Zunge von diesem Mädchen schwillt wie verrückt an. Ihre beste Freundin ist beim Anblick geschockt. Sie fragt sie, ob sie Nüsse gegessen hat und vermutet, dass die Mandelmilch im Kaffee eine Allergie ausgelöst hat. Sie ist ganz aufgeregt und fragt schnell, ob jemand zufällig Adrenalin dabei hat. Und tatsächlich hat es eine Frau bei sich. Sie nimmt es und sticht es in den Oberschenkel vom Mädchen. Seltsamerweise lassen die Symptome vom Mädchen nicht nach. Stattdessen wird ihre Zunge nur noch größer. Das Atmen wird immer anstrengender für sie. Die Frau wählt den Notruf. Aufgrund ihrer Beschreibung schließt die Telefonistin, dass es keine Allergie ist, sondern eine Gesichtsschwellung wegen erhöhtem Stress. In der Zwischenzeit fällt das Mädchen in einen Schockzustand. Es dauert eine Weile, bis das Rettungsteam eintrifft, also muss die Telefonistin der Freundin am Telefon Anweisungen geben. Sie soll mit einem Löffel die Zunge nach unten drücken und dann einen Trinkhalm in den Hals schieben. Trotz all dieser Maßnahmen bekommt das Mädchen immer noch keine Luft. Deswegen zwickt der Mann ihr fest ins Gesicht, um ein Schmerzgefühl auszulösen. Endlich kommt das Mädchen wieder zu Bewusstsein. Und genau in diesem Moment trifft das Rettungsteam ein.